ja wie mehr auf dem Boden aufgeplatzt ich will jetzt gar nicht wissen was hier neu ist ich werde nicht einen Job haben verdammt Eintritt Vakuum Eintritt Vakuum Was hast du für einen eckigen Händen? Was hast du für einen eckigen Klingelton man? Hol dir mal einen anderen an Mein Gott wie ekelhaft dieser Klingelton war Ist ja voll Rufmut dieser Ton Oh mein Gott alle meine Munition-Teile sind leer Ich glaube ich lade schon mal zurück oder? Ich geh mal hier zurück erstmal Ok den kaufen wir auf jeden Fall Ganz wichtig Isaac Boah Hulk Unserer Energielast ist auch einander geworden Mir wird geist ein bisschen was verkaufen Ähm ja Medi-Pack können wir halt den Safe Procken Jetzt können wir noch ein bisschen was kaufen Ähm ja Ich bin zum Shop Ja ich bin zum Shop zurück gegangen Ich brauche noch mehr Munition für diese Plasma-Kater-Dings da Ich brauche noch mehr Munition für diese Plasma-Kater-Dings da Ich brauche noch mehr Auf welche Ich hause Giotto, mach die weg Ich kotzreiz von Ich kotzreiz von Ok wir müssen gleich nochmal weiter nach oben Ja, müssen nach oben Ebene 3 Ich habe ihn getroffen, ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, ob wir uns wieder erkannt haben oder so, keine Ahnung. Was ist denn jetzt für eine Scheiße? Schwer so ein Vakuum oder was? Nein, wir wollen auf den hier speichern. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Scheiße, Mann. Was hilft denn das Viech, ey? Das ist doch mies. Wenn man so 30.000 Munition für eins im Viech braucht. Ja, das geht ja nicht so einfach. Asteroiden-Abwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Legt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zählen. Ja, natürlich. Auszug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Jetzt kommt mein Lieblingspart im Spiel. Ein Klammer natürlich mal wieder. Ach, klar, man kann alles kaputt schießen, dachte ich. So eine Scheiße. Jetzt kommt ein Dreck. Gespeichert habe ich, ne? Ja. Oh, nee. Jetzt wird es widerlich. Oh, der hat einen Klingelton, Mann. Ich weiß ungefähr, wie das funktioniert, aber nicht ganz mehr. Ich glaube, sobald der Himmel voller Kometen ist, müssen wir dann abhauen. War das nicht irgendwie so? Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Lauf, 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 lauf. Wuh, 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 wuh. Vielen Dank.